Einzelne Manöver. Generell Ankermanöver. Manöver beim Ankern. Anlegemanöver werden gefahren, um ein Wasserfahrzeug an einem Ziel festzumachen. Ablegemanöver werden gefahren, um ein Wasserfahrzeug von seiner festgemachten Stelle freizubringen. Ententeich fahren. Auf offener See gefahrener Vollkreis. In Lee entsteht durch die Kreisbewegung und den Schutz der Bordwand glattes Wasser. Der Ententeich. Aus dieser relativ ruhigen See mit geringer Wellenhöhe kann man bei Boote gefahrlos Wassern oder Personen und Gegenstände einfacher aufnehmen. Im Zweiten Weltkrieg wurden so die im Wasser gelandeten Katapultflugzeuge wieder an Bord genommen. Irre Ivan. Kurswechselmanöver von U-Booten. Man über Bordmanöver. Manöver zur Bergung einer Person, die über Bord gegangen ist, siehe auch. Scharnoturn. Manöver des letzten Augenblicks. Wenn es zur Vermeidung einer Kollision unerlässlich ist, darf von den Ausweichregeln abgewichen werden. Rondo. Kursänderung in der Binnenschifffahrt zur Fahrt mit dem Bug in Stromrichtung. Diese speziellen Manöver können nur mit Segelschiffen gefahren werden. Wende. Kursänderung, bei der der Bug durch den Wind dreht, bis der Wind von der anderen Seite einfällt. Das Kommando zur Wende ist Reh. Halse. Kursänderung, bei der das Heck durch den Wind dreht, bis der Wind von der anderen Seite einfällt. Backbrassen. Backsetzen. Abbremsen von Segelschiffen durch ein Gegen- den Wind stellen der Segel. Aufschießer. Segelschiff in den Wind stellen, um es abzubremsen. An einem All-Henz-Manöver. Alle Manns-Manöver müssen sich alle Besatzungsmitglieder wegen der Schwierigkeit oder der notwendigen Schnelligkeit in einer Gefahrensituation beteiligen. Beispiel. Segelbergen wegen eines plötzlich heraufziehenden Sturmes. Manövrierfähigkeit. Manövrierfähigkeit ist die allgemeine Eigenschaft des Schiffes, unter Einsatzeigener oder fremder Steuerhilfen ein gewünschtes Manöver auszuführen. Im Einzelnen werden bestimmte Eigenschaften und Fähigkeiten unterschieden. Anfahr-Vermögen beschreibt, wie schnell ein Schiff unter Einsatz seiner Hauptantriebsanlage Fahrt aufnehmen bzw. zum Stillstand kommen kann. Anschwenkvermögen beschreibt, wie schnell ein Schiff auf den Einsatz von Steuerhilfen beginnt, mit einer Lageänderung zu reagieren. Drehfähigkeit beschreibt, wie schnell ein Schiff unter Einsatz von Steuerhilfen seine Lage absolut verändern kann. Gierstabilität. Stützfähigkeit ist das Vermögen, eine eingeleitete Drehbewegung mit oder ohne Einsatz von Steuerhilfen zum Stillstand zu bringen. Siehe auch. Updrift. Kurswinkel. 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 Untertitelung des ZDF, 2020